Heidi erwachte am frühen Morgen an einem lauten Pfiff. Und als es die Augen aufschlug, kam ein goldener Schein durch das runde Loch hereingeflossen auf sein Lager und auf das Heu daneben, das alles golden leuchtete ringsherum. Heidi sprang eilig aus seinem Bett und hatte in wenigen Minuten alles wieder angelegt, was es gestern getragen hatte, denn es war sehr wenig. Nun stieg es die Leiter hinunter und sprang vor die Hütte hinaus. Da stand schon der Geißenpeter mit seiner Schar und der Großvater brachte eben Schwänli und Bärli aus dem Stall herbei, dass sie sich der Gesellschaft anschlössen. Heidi lief ihm entgegen, um ihm und den Geißen guten Tag zu sagen. Willst mit auf die Weide? fragte der Großvater. Das war dem Heidi eben recht. Es hüpfte hoch auf vor Freude. Aber erst waschen und sauber sein, sonst lacht einen die Sonne aus, wenn sie so schön glänzter droben und sieht, dass du schwarz bist. Sieh, dort ist's für dich gerichtet. Der Großvater zeigte auf einen großen Zuber voll Wasser, der vor der Tür in der Sonne stand. Heidi sprang hin und patschte und rieb, bis es ganz glänzend war. Unterdessen ging der Großvater in die Hütte hinein und rief dem Peter zu, »Komm hierher, Geißengeneral, und bring deinen Habersack mit!« Verwundert folgte Peter dem Ruf und streckte sein Säcklein hin, indem er sein mageres Mittagessen bei sich trug. »Mach auf!« befahl der Alte und steckte nun ein großes Stück Brot und ein ebenso großes Stück Käse hinein. Der Peter machte vor Erstaunen seine runden Augen so weit auf als nur möglich, denn die beiden Stücke waren wohl doppelt so groß wie die zwei, die er als eigenes Mittagsmahl drinnen hatte. »So? Nun kommt noch das Schüsselchen hinein,« fuhr der Öhi fort, »denn das Kind kann nicht trinken wie du, nur so von der Geiß weg. Es kennt das nicht. Du melkst ihm zwei Schüsselchen voll zum Mittag, denn das Kind geht mit dir und bleibt bei dir, bis du wieder herunterkommst. Gib Acht, dass es nicht über die Felsen hinunterfällt, hörst du?« Nun kam Heidi hereingelaufen. »Kann mich die Sonne jetzt nicht auslachen, Großvater?« fragte es. Der Großvater lachte ein wenig. »Nein, nun hat sie nichts zu lachen,« bestätigte er. »Aber weißt was? Am Abend, wenn du heimkommst, da gehst du noch ganz hinein in den Zuber, wie ein Fisch. Denn wenn man geht wie die Geißen, da bekommt man schwarze Füße. Jetzt könnt ihr ausziehen.« Nun ging es lustig die Alm hinan. Der Wind hatte in der Nacht das letzte Wölkchen weggeblasen. Dunkelblau schaute der Himmel von allen Seiten hernieder, und mittendrauf stand die leuchtende Sonne und schimmerte auf die grüne Alb, und alle die blauen und gelben Blümchen darauf machten ihre Kelche auf und schauten ihr fröhlich entgegen. Heidi sprang hierhin und dorthin und jauchzte vor Freude, denn da waren ganze Trüppchen feiner roter Himmelsschlüsselchen beieinander, und dort schimmerte es ganz blau von den schönen Enzianen, und überall lachten und nickten die zartblätterigen, goldenen Zystusröschen in der Sonne.